Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um den Bitcoin. Aber eins vorweg, es würde mich riesig freuen, wenn ihr ein Abo und ein Like da lassen würdet, damit ihr meine täglichen Videos nicht mehr verpasst. Aber kommen wir einmal direkt zu dem heutigen Video und wie schon gesagt, es geht um den Bitcoin. In einem Monat hat der Bitcoin 90% und in drei Monaten 221% zugelegt. Das Risiko ist hoch, doch viele hoffen auf eine Fortsetzung der Party. Ich gehöre dazu. 2021 könnte das Krypto-Jahr überhaupt werden. Auch bezüglich des Bitcoins sind hier wohl noch lange nicht am Ende der Rallye. Denn die breite Masse sei immer noch nicht in der Asset-Klasse vertreten. Die Möglichkeiten seien enorm groß und man habe sich in den letzten Jahren super positioniert, um nun davon zu profitieren. 20% Wahrscheinlichkeit von 50.000 Dollar in zwei Wochen. Wichtig bleibt die Entwicklung des Bitcoins. Die Krypto-Derivate-Spezialisten von SKU haben jetzt anhand der Black-Schools-Formeln die Wahrscheinlichkeit eines Bitcoin-Kurses von 50.000 Dollar bis 29. Januar berechnet, welche demnach bei 20% liegt. Der gut im Crypto-Space vernetzte Christopher Obereder sagte jüngst, dass es noch eine Woche etwas stiller zugehen könnte, bevor die Märkte dann wieder richtig durch die Decke ziehen und der Bitcoin die Marke von 50.000 Dollar in Angriff nimmt. Dan Moorhead, der Gründer und CEO der Bitcoin-Investment-Firma Panthera-Kapital hat seine bullische Bitcoin-Prognose für 2021 nochmals bekräftigt. Bitcoin wird bis August 2021 bis zu 115.000 Dollar erreichen und damit in den nächsten acht Monaten um 200% ansteigen. Die Führungskraft machte die Prognose bereits im Jahr 2020, als der Bitcoin bei etwa 11.600 Dollar lag. Am Dienstag sagte Moorhead, dass Bitcoin noch viel Raum für Wachstum habe. Ist Bitcoin überbewertet? Ich würde sagen nein. Bitcoin lag drei Jahre lang deutlich unter seiner langfristig durchschnittlichen jährlichen Wachstumstrendlinie und liegt immer noch darunter. Obwohl Bitcoin in den letzten sechs Monaten eine starke Rallye hingelegt hat, denke ich, dass er einen fairen Wert hat. Moorhead glaubt, dass wichtige globale digitale Währungsentwicklungen wie Chinas digitaler Yuan den Kryptomarkt positiv beeinflussen und die Mainstream-Aktivtanz fördern würden. Es gibt über eine Milliarde Menschen auf der Erde, die keinen Zugang zu einer Bank haben, aber Zugang zu einem Smartphone. Und das ist alles, was man braucht, um eine Kryptowährung zu verwenden. Joe Krug, der Co-Leiter der Informationsabteilung von Pantera, sagt, dass der derzeitige Bullenlauf von Bitcoins sich von früheren Rallys unterscheide und nicht auf dieselbe Weise enden werde, wie der vorige Lauf im Jahr 2017. Krug sagte, die jüngste Rallye sei in Bezug auf die Fundamentaldaten der Akzeptanz viel stärker. Da die starken Fundamentaldaten im Jahr 2017 so aussahen, dass es wirklich nicht viel Fundamentaldaten gab. Die meisten Projekte waren nur eine Idee auf einem Stück Papier. Die meisten Dinge wurden nicht lanciert. Die meisten Dinge hatten keine Produkte auf dem Markt. Morehead ist nicht der einzige, der glaubt, dass Bitcoin im Jahr 2021 100.000 Dollar erreichen wird. Anfang Januar sagte Katerine Colley, die CEO von Binance, voraus, dass der Bitcoin bis Ende des Jahres 100.000 Dollar erreichen könnte. Plan B, der Schöpfer der Stock-to-Flow-Modell, sagte ebenfalls voraus, dass Bitcoin bis Dezember 2021 auf zwischen 100.000 Dollar und 288.000 Dollar erreichen sollte. Am 8. Januar erreichte der Bitcoin ein neues Allzeithoch von 42.000 Dollar. Bei einer massiven Rallye hatte er Ende 2020 die Marke von 20.000 Dollar durchbrochen. Nach einer Korrektur erholt sich der Bitcoin stetig und liegt nun bei 39.600 Dollar. Das entspricht einem Anstieg von etwa 14 Prozent in den letzten 24 Stunden. Meine persönliche Meinung ist, Bitcoin ja. Zu welchem Kurs man wann kaufen soll, ist schwierig. Ich würde jederzeit kaufen. Also ich werde auch jetzt aktuell bei diesem Allzeithoch kaufen. Wovon ich jetzt nicht zu viel halte, sind diese ganzen Analysten. Denn meine persönliche Meinung ist, dem Bitcoin kann man nicht voraussehen. Es hat so viele Einflüsse, die auf den Bitcoin einprassen und er kann wirklich von heute auf morgen extrem steigen, aber auch extrem fallen. Für mich ist es so, ich kaufe immer dann, wenn ich das Bauchgefühl habe, ja, ich möchte jetzt kaufen und habe dadurch einen entsprechenden Durchschnittswert. Wichtig ist, und da gibt es viele YouTuber, die sagen, Bitcoin dann und dann oder viele Analysten. Ich glaube davon kein Stück. Meine persönliche Meinung ist, ich bin kein Anlageberater, aber der Bitcoin wird steigen. Aber man kann wirklich nicht voraussehen, man hat keine Glaskugel. Wie viel wird er steigen? Aber wie gesagt, ich halte sehr viel vom Bitcoin und würde jederzeit jedem empfehlen, ein bisschen was zu investieren. So viel, wie man halt denkt, dass man zur Verfügung hat. Denn langfristig wird der Bitcoin definitiv steigen. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.